Heyo Leute, Gaming Office wieder hier. Heute ein neues Video und zwar Beat Saber. Ich mache jetzt gleich ein 90 Grad Level an und zwar habe ich nämlich jetzt eine neue CPU, neues Mainboard, neue RAM. Also im Prinzip komplett neu. Ich wollte jetzt einfach testen, ob ich jetzt endlich mal flüssig, ohne Legs zocken kann. Während ich aufnehme bzw. streame, würde ich sagen... Nehmen wir den. Aber ein bisschen leiser geht es auf jeden Fall. Wir machen hier einmal den hier und ich würde sagen, let's go. Rein in der Olga. Okay, Legs schonmal nicht. Geil. Endlich mal. Ist auch ein etwas schwierigeres Level. Aber ich würde sagen, grinden wir durch. Oh, oh, Gott. Ich glaube. Wir haben uns das. Bis zum nächsten Mal. Bude, Alter, es ist so sweaty. Aber ich habe jetzt schon mehr verkackt. Ich habe schon mal besser geschafft, das Level. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. War das gerade mein Highscore? Ne, ne? Ich würde sagen, wir machen das Level nochmal, aber machen Insta-Fail rein. Das heißt, sobald ich irgendeine Sache verkack, fehlt es. Und wenn ich verkack, endet das Video sofort. Also, wenn ich jetzt einmal verkack, endet das Video. Das war's komplett, Digga.